Ich glaube, das, was hier heute passiert, ist nicht, das gibt es nicht woanders. Heute haben wir die erste Übergabe von 200 A-Klassen für unsere Junior-Manager. Es war uns ganz, ganz wichtig, heute nochmal eine besondere Veranstaltung für Sie zu machen, für alle Junior-Manager, die sich erfolgreich qualifiziert haben. Hier heute zum Mercedes-Ossendorf zu kommen mit VIP-Shuttle, das war etwas ganz Besonderes, emotional sehr anbinden und ja, wir wollen es wieder erleben. Was sich in den letzten vier Monaten bei uns getan hat, war einfach unglaublich. LR ist zum Mittelpunkt unseres Lebens geworden, die Autos sind der Wahnsinn und in so wenigen Monaten, das ist echt für jedermann machbar. Also es gibt keine Firma, keinen Direktvertrieb, der so ein geiles Fahrzeugkonzept hat wie die Firma LR. Da könnte sich Reutz auch sagen. Heute stehen wir hier und dürfen unseren Mercedes in Empfang nehmen. Die Flüssel haben wir hier in der Hand. Das ist ein grandioses Gefühl und ich kann nur jeden ermutigen, das zu machen. macht es. Wahnsinn, Wahnsinn, was hier heute abgeht. Also die Masse, die Autos, überhaupt ein ganz tolles Event. Und es ist ganz einfach eine Geschichte, die ist unglaublich, aber wahr. Die Veranstaltung ist absolut geil und absolut emotional. Ich bin sowas von begeistert, dass wir das hier erleben konnten. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute Daten für Ihre Leistung, dass Sie uns Ihre Treue geben und ich freue mich auch weiterhin auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen. Vielen Dank. Ich bin in das LR-Geschäft reingeboren worden und musste dann leider warten, bis ich 18 war. Und wir holen uns heute unser erstes Auto, was natürlich gleich an der Mercedes A-Klasse ist. Und das ist einfach fantastisch. Ich konnte es heute morgen selbst kaum glauben. Also ich kann wirklich nur weiterempfehlen und fahre alle LR. Mir steht der Beweis, dass es einfach ein richtig geiles Geschäft ist, LR. Und jetzt zu meinem Geburtstag hier noch das Auto zu kriegen, ist einfach absolut genial. Ich habe auch das Gefühl, angekommen zu sein. In einer LR-Familie, die mir Perspektive gibt, Spaß gibt, Gesundheit gibt. Health & Beauty. Ich möchte, dass Sie nächstes Jahr wieder hier stehen und die nächste Stufe Auto abholen. Von hier aus viel, viel Erfolg auf dem Weg auch zum Orga-Leiter. Und ich glaube, für viele war das heute immer so ein kleiner Vorgeschmack auf all das, was bei LR möglich ist. Ich glaube, für viele, 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 viele. Hallo mein Veneneer! Ich glaube, ich bin ein Tor. Ich glaube, ich bin ein Tor. tonefeierde, und ich möchte, wie immer wieder zu machen. Ich glaube, ich will... Ich hoffe, ich hoffe, das war, ich hoffe, ich hoffe. Werbe Mattes und euch hier. Aber es war, ich hoffe, ich werde. Untertitelung des ZDF, 2020